Upgrades. Die Bühne verbessern wir nicht. Wir verbessern mal das hier einmal. Barkeeper haben wir verbessert. Türsteher verbessern wir auch mal. Wir können Laser. Jau Junge. Die Bar vergessen alles andere ist egal. Die brauchen auch keine Klos oder so. Am Ende sind eh alle nackt. Eigentlich kannst du die Klos auch weglassen. Gut, dass ich den Laser hier auch an die Decke kriege. Tanzfläche. Vielleicht weil die schon da sind. Und den. Und den. Ach Flo, ich muss weiter bis später meinen süßen Tebeule. Viel Spaß hier heute. Wir starten. So zweimal gehen wir noch rein in das und noch einmal dann. Oh mein Gott, standen eben die Zeugen Jehovas vor der Tür und wollten mich einladen am 10. März zu Jesus Totentag zu kommen. Ja los. Was ist denn die Frage? Ich dachte das ist ein Mythos. Ich habe noch nie Zeugen Jehovas vor der Tür gehabt oder gesehen. In der Stadt, da habe ich sie schon mal gesehen. Bis zum nächsten Mal. wir haben gar kein dj heute ist kein dj da muss ja auch nicht immer sein aber irgendwie immer die gleiche musik in der disco egal welcher dj kommt das ist voll können ja gleich für die letzte nacht noch mal die getränke hochschrauben ja 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 auf 30k will ich kommen das wird glaube ich nichts oder doch safe ich stelle mal die nacht über den ticketpreis auf minus 25 als günstiger als üblich mal gucken ok wir starten jetzt wird sehr voll 165 gehen jetzt in der disco vielleicht war das auch ein fehler ich weiß es nicht ich weiß es nicht vielleicht was fehler und mini spiel es könnte sein dass die sitzplätze jetzt nicht reichen werden blick Bis zum nächsten Mal. Ich mache so ein paar noch, dann gehe ich eher in eine Bar. So, jetzt gehen wir mal in eine Bar. Na ja, Tanzfläche gut gefüllt. Oben fehlt noch ein bisschen was. Toiletten könnten jetzt auch knapp sein. Ja, Toiletten sehen auch nicht so gut aus. Es sitzen 24, 29 stehen an. Na ja, okay. 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 Wir haben es jetzt 6 Uhr morgens und es sind immer noch nicht alle drin. Okay. Okay. Sind noch 5 Plätze frei? Boah, er gab gut Geld, ne? Das ist ja eigentlich gelohnt. Es ist nicht immer gut, Eintritt hochballern. Also von der einen Richtung her passt soweit eigentlich alles. Auch von den Sitzplätzen ist immer gerade so ausreichend. 141 haben wir drin. Wir haben einfach mit 27.000 abgeschlossen. So viel hatten wir noch nie. Komm, einmal machen wir noch. Einen Abend noch. Einen schnell noch. Würde aber den doch vielleicht. Stühle. Stühle, Sessi, Drehstuhl? Hier können sie auf die Tänzfläche gucken, einmal drehen Können sie schön chillen und auf die Tänzfläche gucken Erhöht Ticket um 30, erhöht die Anzahl der Kunden um 30 Machen den mal, statt Tobi Hier kommt Tobi da wieder Ja, das passt, Datum passt, das passt, der Club passt, Datum passt Ja, das passt, das passt, das passt, das passt Drehstuhl Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir haben 112 drin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, ist das schon 7? Ups. Alle sind drin. Also 145 sind drin. Junge. Wollte ich jetzt 200 reinkriegen? Der wird aber schon wirklich eng, ne? Gerade was die Toiletten angeht. Und es sind nur 27, äh... Bist du gut drauf? Die Tanzfläche finde ich immer sehr leer. Mit 22 ist das echt ein bisschen wenig. Und nur 20.000 gemacht. Ich stehe den mal wieder auf. Ich stehe den mal auf 0. Okay. Okay. Also beim nächsten Mal. Es wird glaube ich ein bisschen dauern, bis wir das hier haben. Speichern war ja hier nicht. Er macht ja automatisch, ne? Also hier speichern und schließen. Ich gehe mal... Ja. Ich glaube schon, dass es... Eine ganze Weile dauert. Neues Spiel. Wenn du dir hier mal anguckst. Nehmen wir mal den. Beispielsweise, ne? Wir enden den Arme mit 100.000. Zweite Nacht. 150.000. 200.000. 250.000. Phantom. Der letzte Club heißt Phantom. Also ich glaube, zu meinen, das wären locker für alle Clubs bestimmt noch... Boah, 5, 6 Aufnahmen? Locker. Oder noch mehr. Wobei, das ist jetzt 2 Stunden 40. Zweieinhalb Stunden. Normalerweise ja dreieinhalb Stunden. Na, wir schauen mal. Wir schauen mal, was wir in den Krieg. Also, solange es mir noch Spaß macht, mache ich es. Ihr Lieben bei YouTube, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zur nächsten Aufnahme vom Disco-Simulator.